Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Migrosdschweiz und Leica Geosystems. Aus rund 70 Studierende-Teams der Fachhochschule St. Gallen sind nur sechs im Rennen, nur zwei können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2017 in Marktforschung und Managementkonzeption. Die Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während Monate haben die CIA-Praxisprojekte geschaffen in Echtaufträge von Unternehmen. Das Team Anina Angern fasst den Auftrag, das Jugendangebot der Raiffeisenbank Regio Utswil zu untersuchen. Die Bank will von den Studierenden wissen, ob das Angebot verbesserungsfähig ist. Schnell wird dem Team aber klar, warum es diesen Auftrag in sich hat. Die grösste Herausforderung war, dass mehr als 50% der Jugendlichen im Marktgebiet bereits schon Kunden bei der Raiffeisen sind. Wir hatten extrem Mühe, die potenziellen Kunden auch noch zu finden. Wir waren zwar auf der Strasse, waren am Bahnhof, in den Baden, aber vielfach haben wir nur Kunden antroffen und keine potenziellen Kunden. Das war ein bisschen das Problem. Weil die Kunden und die potenziellen Kunden Jugendliche sind, kommen noch ganz andere Herausforderungen aufs Team zu. Die grösste Herausforderung in diesem Zusammenhang war, wie glaubwürdig ist eine Aussage von einem 12-Jährigen. Den haben die Studierenden sehr gut begegnen müssen, indem sie wirklich eine umfassende Analyse gemacht haben. Und nicht nur die Jugendlichen, sondern sämtliche Beeinflusser mit einbezogen haben in diese Marktforschung. Die Raiffeisenbank Region Uzwil hat ganz spezielle Angebote für Jugendliche. Dass die Bank die regelmässig überprüfen lässt, ist Teil des Erfolgsrezeptes. Dass sie für dieses Projekt mit der Fachhochschule St. Gallen zusammenarbeitet, ist auf der Hand gelegen. Also tatsächlich haben wir schon länger gedacht, wir müssen das Segment jetzt einfach mal untersuchen und nach 10, 15 Jahren erfolgreichem arbeiten. Und da ist irgendwie die FAS ein bisschen, ja, Bekanntheit hat einen guten Ruf, eben genau für so Praxisprojekte. Und darum ist die Entscheidung relativ leicht gefallen. Das grosse Engagement und die erfrischende Art und Weise vom Team kommt beim Kunden gut an. Es war mega spannend, es war ja schön, es waren nicht nur Banker dabei, und darum ist es auch sehr erfrischend. Wir reden nicht nur immer im Fachjargon miteinander. Es war vor allem aber auch in der Terminfindung anspruchsvoll, weil es sind Vollzeitstudenten, ich auch noch einen Job nebenzu. Und das wurde manchmal ein bisschen anspruchsvoll, aber sehr, sehr herausfordernd und man sieht es auch sehr erfolgreich. Nach rund 800 Arbeitsstunden kann das Team der Anina Angern am Kunden eine fundierte und klare Empfehlung abgeben. Wir konnten ihm sagen, dass der Zins immer noch gut ist, es lohnt sich, etwas zu zahlen für die Jungen. Und wir haben ihm auch gewisse Tipps gegeben, wie er seine Events und Gadgets, die er organisiert und herausgehend, besser gestalten kann. Wir haben ganz viele Ideen bekommen, wie wir das noch erfolgreicher gestalten, auch moderner gestalten, sodass wir wirklich ganz konkrete Massnahmen bereit sind umsetzen können. Für Claudia Custodia ist klar, wie ihr Team den WTT Young Leader Award verdient hat. Wenn man das Team anschaut, da hat man fünf Experten zum Bereich Jugend vor sich, die sich so etwas von intensiv mit diesem Segment auseinandergesetzt haben, die Experten befragt haben, die eine Marktforschung gemacht haben, die Sekundärrecherche, die sämtliche Studien mit einfließen haben lassen und das in einem 100-seitigen Bericht dargestellt haben. Hervorragend. Die Nomination ist für das Team überraschend gekommen und die Freude ist umso grösser. Wir haben uns extrem gefreut. Es ist eine grosse Ehre für uns, um uns hier unser Projekt vorzustellen. Wir haben viel Arbeit drin gesteckt, viel Fleiss, viel Schweiss und wir freuen uns jetzt extrem. Die Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2017? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Hotelhof Wiesbad, Pürlo und Bauwerkparkett.